Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Modern Skyblock 3. Entschuldigung, musst du einmal kurz nach rechts schauen, ob die Aufnahme auch vernünftig läuft. Das tut sie. Dementsprechend können wir loslegen. Was haben wir denn hier schon? Es ist Engineering Skyhook. Oh, a new form of travel. Interesting. Okay, wie funktioniert der? Kann ich ihn einfach werfen. Shift-Rechts-Klick. Ups. Okay. Hätte jetzt gedacht, dass man den irgendwie werfen kann. Gut. Den werden wir uns erstmal weglegen. Auf jeden Fall eine sehr interessante Sache. Ich würde heute ganz gerne mit Immersive Engineering noch ein bisschen weitermachen. Und zwar habe ich mir jetzt gerade mal aus dem Questbook rausgesucht. Sollten wir es doch eigentlich schaffen, Medium Voltage herzustellen, High Voltage herzustellen und eventuell hier die Alternative Flux herzustellen. Damit wäre sozusagen dieser Punkt hier abgeschlossen. Und dann, wenn wir noch ein bisschen Zeit über haben, gucken wir mal, wie wir an das Diesel ranzukommen und dann sozusagen daraus Lubricant herzustellen. Dann hätten wir die drei Sachen geschafft. Und die letzte Sache, die noch natürlich dann noch fehlt, ist die Destillation von Wasser. Da werden wir mal gucken. Also je nachdem, was wir sozusagen davon noch hinbekommen. Aber erstmal haben wir die einzelnen Voltages. Und für die einzelnen Voltages brauchen wir im Prinzip Medium Wire. Brauchen wir einfach wieder Terracotta. Ist das nicht dasselbe? Ach okay, hier brauchen wir Copper für. Hier brauchen wir Eisen für. Und für die High Voltage brauchen wir Aluminium. Interessant. Interessant. Und hier brauchen wir auch. Aber hier brauchen wir Isolating Glass. Was Crushed Iron. Oh, das ist nicht so ganz so schlimm. Gut, okay. Schauen wir mal. Die brauchen also auf jeden Fall eine Menge Terracotta. Sehe ich gerade. Davon können wir schon mal auf jeden Fall einiges herstellen. Und dann brauchen wir halt das Glas. Das brauchen wir erst zum Schluss. Dementsprechend hätte ich jetzt gesagt Light, Medium. Medium. Das ist High Voltage Connector. Ach, den gibt es stimmt. Den gibt es bloß als Connector. Den gibt es glaube ich nicht als Transporter. Richtig? Werden wir aber gleich nochmal sehen. Also ich brauche nochmal vier. Hier brauche ich nochmal zwei. Und hier nochmal vier. Das heißt also insgesamt zehn Terracotta. Was im Prinzip zehn Clay entspricht. Muss ich mal ganz kurz gucken. Wir haben noch ein bisschen was. Nicht mehr allzu viel. Aber da kriegen wir genau neun Stück raus. Sehr gut. Das ist aber nicht ganz so schlimm. Ich kann ja zum Glück einfach mal eben kurz. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Ich weiß jetzt nicht mehr wie viel Wasser wir hier drin haben. Wir haben noch genau für zehn. Das sollte also hiermit dann definitiv reichen. Und schwupps, die Wupps. Ist es auch schon abgebaut. Nehmen wir uns nochmal einen dazu. Und den Rest schmeißen wir wieder in unser System hinein. Ich weiß meine Inventarführung ist mal gerade wieder ein bisschen überfüllt. Aber es ist okay. Ich komme noch zurecht. Ich komme noch zurecht. So. Ach guck hier. Da. Das wurde mir glaube ich auch in den Kommentaren geschrieben. Ich habe ja noch einen Chance Cube. Stimmt, den hatte ich rausgenommen für die letzte Stage. Werden wir nochmal irgendwann mal reinschmeißen. Wenn ich es nicht vergesse. Also könnt ihr mich gerne nochmal die nächsten Tage mal dran erinnern. Was habe ich denn jetzt noch nicht gegessen? Haben wir hier noch vielleicht Essen, was wir noch nie gegessen haben? Ach hier zum Beispiel Bread haben wir noch nie gegessen. Und not eaten yet. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal noch eine Potato. Und ein bisschen Bread. Da haben wir ja ein bisschen was verschiedenstes gegessen. Das ist schon mal sehr gut. Weil wir können mal ein bisschen hier an die Herzen ans Rand tasten. So. Die 10 Stück haben wir jetzt. Hier haben wir Kohle. Sehr gut. Dann machen wir daraus mal eben kurz Tiny Coal. Und dann können wir zum Beispiel 10 Stück hier rein tun. Und irgendwie 3 Stück hier. Dann tun wir hier auch 10 rein. Und 2. Da wird es ein bisschen schneller brennt an sich. Und sie hat den Shift Mod übrigens behoben. Sonst konnte man ja keine Charcoal hier unten rein schicken, sage ich mal. Das haben sie jetzt scheinbar auch geändert. Ziemlich gut. So. Und dadurch bekommen wir jetzt im Prinzip unser Terracotta, was schon mal sehr fein ist. Und Eisen haben wir ja. Ich glaube Aluminium müssen wir uns noch machen. Ich glaube Aluminium haben wir noch nicht hergestellt. Wenn ich mich recht entsinne. Ah doch Aluminium haben wir. Ah alles klar. Haben wir doch schon mal hergestellt. Ich nehme alles zurück. Ich nehme alles zurück. So. Und das letzte Terracotta. Perfekt. Dann können wir theoretisch einfach hier einmal Medium. Und da einmal Medium. Haben wir Medium abgeschlossen. Hätte ich jetzt gesagt. Schauen wir nochmal ganz kurz. Wo haben wir unser Questbook. Da sollte er auch langsam aufploppen. Ah ne. Medium Voltage Wire müssen wir noch bauen. Okay. Sollte aber auch nicht ganz so schwierig sein. Meines Erachtens nach. Da haben wir Medium Wire. Was wiederum Electrum Wire ist. Okay. Das ist schon ein bisschen. Ein bisschen teurer. Aber das ist auch wiederum bloß. Gold und Silber. Stellen wir mal. Drei her. Dann kriegen wir da sechs Stück insgesamt raus. Das dürfte für eine Kabeltreuer mal reichen. Wir brauchen ja bloß. Vier eigentlich. Kommt nochmal sechs. Dann haben wir noch ein bisschen Elektrum über. So. Einmal die und einmal die. Das brennt sich jetzt mal ganz kurz eben auf. Schauen wir mal was wir noch eventuell brauchen. Wir werden wahrscheinlich noch HV Wire brauchen. Wodurch wir Steel und Aluminium zusammenpacken. Das haben wir auch. Steel und Aluminium ist soweit auch schon mal fertig. Ich könnte mal hier ganz kurz das immer wieder brennen lassen. Steel haben wir auch schon mal wieder ein bisschen was bekommen. Sehr gut. Dann kann das auch schon mal weiter arbeiten. Wir haben schon unsere vier. Ach, warten wir noch ganz kurz eben. Das andere ist ja auch gleich fertig. Super. Dann haben wir das soweit auch fertig. Die müssen wir jetzt noch hämmern. Das Problem ist aber. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr was der Hammer braucht. Deswegen nehme ich immer ganz kurz ein bisschen mehr mit. Brauchen wir natürlich hier einen neuen Hammer. Weil der hier ist eigentlich so gut wie kaputt. Sticks brauche ich noch. Okay. Fair enough. Fair enough. Zack. Einen neuen Hammer. So, da müssen wir 1, 2, 3, 4 Platten daraus machen. So, haben wir auch wieder einen neuen Hammer. Noch eine Schere. Wo haben wir unsere Schere? Schere, 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 Schere. Da haben wir unsere Schere. Hey, mittlerweile ist das echt gerade ein bisschen überfüllt. Ich nehme ein paar Sachen raus, die wir gerade nicht brauchen. Wie zum Beispiel die fertigen Sachen, beziehungsweise Restblöcke oder sonstiges. Das, was wir einfach gerade aktuell so nicht brauchen. Ja, das ist doch schon mal deutlich aufgeräumter. So, seht ihr, ich kann doch auch aufräumen. Ich kann das doch. Muss mich nur noch ein bisschen zu zwingen, dass wir das auch machen. Ähm, Schere. Und das. Perfekt. Dann einmal hier rein. Ähm, so. Und wie war jetzt im Prinzip das Ganze mit einem Stick, ne? Okay. Nimm ich gleich 2, weil ich werde wahrscheinlich die HV Wire auch noch herstellen müssen. Dann haben wir M4 Wire. Ja, jetzt haben wir die Quest abgeschlossen. Perfekt. Geclaimed. Dann gehen wir weiter zum High Voltage. High Voltage, wir brauchen doch ein HV Wire Relay. Okay, interessant. HV Wire Connector. Und den HV Wire Coil. Okay. Haben wir schon gelernt. Ähm, wir brauchen Aluminium auf jeden Fall. Und wir brauchen Stahl. Das haben wir. Sehr gut. Und dann brauchen wir auch von denen jeweils. Ähm, muss man das jetzt eben gucken. HV Wire. Das ist dann immer Aluminium Plate, eine, ne? Das heißt also zweimal Stahl müssen wir hämmern. Und zweimal Aluminium müssen wir hämmern. Und dasselbe einmal mit der Schere, damit wir die beiden rausbekommen. Und dann einmal so und einmal so mit einem Stick verbunden. Gibt uns auf jeden Fall das HV Wire. Sehr cool. Dann brauchen wir die Terracotta Variante hier. Für den Connector. Und dann noch das Relay. Und jetzt brauchen wir halt das Isolating Glass. Das heißt, wir brauchen Green Dye. Das können wir über Botania uns holen. Wir brauchen, ähm, einfach einen Block auf Glas, was auch super einfach ist. Und Iron Dust. Okay. Das kriege ich doch alles hin. Ähm, das ist Lime Green, ne? Wenn ich mich recht entsinne. Oh, davon haben wir gar nichts mehr. Fast, oder nee, normales Green war es, ne? War es Lime Green oder normales Green? Die Green. Okay, das heißt, das ist ein normales Green. Aber davon haben wir auch nicht mehr so viel. Dementsprechend werden wir da mal ganz kurz eben unsere Allzeit bewährte Anpflanzen-Methode nutzen, um Botania-Blüten hier, ähm, etwas schneller zu züchten. So, lassen wir die einmal ganz kurz eben wachsen. Und Schere haben wir ja. Wie gesagt, die müssen wir mit der Schere wieder abernten. Und dann kann man die hier einfach reinlegen. Und dann hat man einfach ganz schnell 16. Das macht man dann noch einmal mit dem Ganzen. Und dann reicht das eigentlich schon. So, haben wir genug. Perfekt. Und dann die 8 hier nochmal reingelegt. Und dann haben wir 40 Stück. Das sollte reichen. Das sollte, wie gesagt, einfach reichen für den Augenblick. Wir brauchen ja bloß, lass mich mal gucken, da kriegen wir aber nur einen raus, ne? Oder kriegen wir da mehr raus? Nee, kriegen wir zwei raus. Also ich muss das Ganze zweimal machen. Machen wir doch vier, ne? Ja. Ich wollte gerade sagen, brauchen wir sechs? Nee, wir brauchen bloß vier. Wir brauchen bloß vier. Ähm, farblich müsste ich jetzt einmal ganz kurz hier zwei Stück holen. Perfekt. Den Rest lege ich hier wieder rein. Das sollten wir mal ganz kurz abschließen auch. Aber wenn ich hier gerade schon da bin, nehme ich den Schlüssel doch einfach auch mal in die Hand. Und sag nicht immer nur Sachen, sondern mach es auch einfach, ne? Vieles einfach machen. Nicht immer nur sagen, sondern einfach mal machen. Gut. Gehen wir einfach mal ganz kurz hier oben hin. Schmeißen mal eben kurz, ähm, wie viel war es? Immer zwei, ne? Pro, okay, das heißt also vier Iron. Ähm, jetzt habe ich natürlich kein Iron dabei. SeaTek, SeaTek, SeaTek. Also echt schlimm. Es wird immer schlimmer mit dir. Ähm, vier Eisen. Und die einmal bitte da oben rein, damit wir... Jetzt können wir ja im Prinzip unseren Crusher nutzen, wenn wir den hier schon mal stehen haben. Sehr gut. Eins, zwei, drei, vier. Und auch dieser hier macht sozusagen aus, ähm, unserem Eisen jetzt... Uh, ich hoffe, wir haben genügend Energie. Das sollte aber gerade noch so reichen. Perfekt. Dann haben wir die Energieradar wieder angeklemmt. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Und ich freue mich schon, sobald wir Thermal Extension, beziehungsweise Ender IO haben. Dann geht es richtig ab. Dann haben wir wirklich die vernünftigen Maschinen. Und dann sollte das auch ein bisschen hübscher aussehen bald hier. Und genau, Glas brauche ich noch. Wie gesagt, dann sieht alles ein bisschen besser aus. Ah, hier, genau. Ich muss jetzt vier von denen herstellen. Und dann sozusagen acht von denen herzustellen. Perfekt. Und jetzt ist die Frage, was jetzt sozusagen das andere jetzt ist. Dieses hier. Okay. AF Wire Relay, AF Wire Coil und ein AV Transformer. Okay. Fuxus higher tier of energy than RF. It can be transferred, but it cannot be used in machines. So that you are going to need a transformer. Ah, alles klar. Okay, das heißt, damit kann man sozusagen höhere Spannungen transportieren. HV Transformer, normalen Transformer. Was brauche ich denn? Ein AV Transformer brauche ich. Uh, fancy, fancy. Gleich das gute, gute Zeug hier, wa? Äh, aber wir haben bloß hier normale Transformer und ein HV Transformer. Was ist denn der AV Transformer? Ähm, nee, ein AF, nicht AV. War es glaube ich, ne? AF Transformer. Ah, okay. Der AF Transformer braucht ein AF Wire Relay, das wir eh bauen müssen. Ein HV Connector, was wir schon haben. Guck mal, wir haben, brauchen hier dann nochmal Constant Ingets. Okay. Die wiederum, wie hergestellt wurden? Äh, da bin ich jetzt gerade echt überfragt. Wie stellt man die denn her, bitte? Jungs. Nuggets. Warte. Ach, das waren die hier, genau. Die waren in den Ofen mit Copper und Nickel. Okay, die sind einfach herzustellen. Iron und ein High Voltage Coil Block. Wo wir noch ein bisschen mehr HV Wire Coils brauchen. Das ist aber auch nicht so schlimm. Was brauchen wir hier für? Hier brauchen wir auch, ach, einfach nur das. Und dann brauchen wir noch mehr von den Farben. Okay. Das Spiel kennen wir schon. Das Spiel kennen wir schon. Das war aber jetzt nicht die hier, ne? Das war die HV, richtig. Eins, zwei. Zwei. Die wieder einmal ganz kurz in Farbe wieder verwandeln. Also wie gesagt, das Spiel haben wir jetzt ja schon ein paar Mal gemacht. Das, beziehungsweise einmal jetzt, aber das kennen wir jetzt ja schon. Das ist also nicht ganz so spannend. Einmal kurz den Block mitnehmen. Den werden wir mal ganz kurz hier hingehend austauschen. Wobei ich jetzt hier gerade vergessen habe, wo hier der Input von Strom war. Wahrscheinlich hier oben. Genau. An der Stelle. Sehr gut. Und dann haben wir natürlich kein Eisen mehr, was natürlich fatal ist. Aber okay. Kann man sich auch relativ easy und simpel holen. Und die schmeißt man jetzt einfach nur noch hier oben wieder mit dazu. Perfekt. Und vier auf einmal kann ja gleich nebenbei bearbeitet werden. Okay. Das heißt also, den haben wir jetzt. High Voltage Coils habe ich eigentlich auch noch genügend für. Das heißt also, ich muss nochmal HV Wire machen, dann passt das. Nice. Also wir sind auf jeden Fall auf einem guten Weg heute da, das hingehend abzuschließen. Hat aber ein bisschen länger gedauert, als ich eigentlich geplant hatte. Ich dachte, wir sprinten da jetzt einfach mal eben kurz so durch. Aber gut. Okay. So ist das manchmal. Man kann ja nicht immer alles planen. Aber wir kommen auf jeden Fall dem Ganzen hier doch schrittweise ganz gut näher. Nickel und Copper sollte ich vielleicht nochmal etwas machen. Sechs. Wo haben wir jetzt Nickel? Nickel, was sind das hier? Silber, Tin, Lead. Nickel haben wir glaube ich hier drin, ne? Perfekt. Fünf, sechs. Perfekt. Dann schicken wir die doch auch nochmal ganz kurz eben zum Creating in unseren Ofen. Da. Und wir haben noch acht, aber vorsichtshalber. Nickel habe ich da. Könnte ich schon mal welche wieder reintun. Wer weiß, ob wir die gleich nochmal brauchen werden. So. Gut. Das heißt, ich muss jetzt erstmal nochmal ein HV-Cable bauen. Ich glaube, das ist erstmal das sinnvollste. Zwei von denen. Zwei von denen. Zwei von denen. Und zwei von denen. Und dann einmal so, einmal so, vielleicht noch einen Stick in die Hand. Und dann sind wir schon good to go. Dann haben wir das HV-Wire. Und für das HV-Wire brauchen wir jetzt nur noch einen Iron-Inget. Wir sollen mal einfach einen Stack mitnehmen, ne? Dann haben wir nicht mal so das Problem, dass wir wegen jedem einzelnen Iron-Block zurücklaufen sollen. Okay. HV-Wire-Coil-Block. Ich lasse mal einmal ganz kurz eben wirken, falls das irgendwie doch nochmal eine Quest für irgendwas war. Dann brauchen wir das Ding hier. Ähm. Womit wir eigentlich alles haben, bis auf das hier. Okay. Und dann Swups und Schwups. Haben wir die auch. Dann können wir einmal das Ding erstellen. Den AV-Transformer. Und der wird jetzt auch klein. Dann haben wir auch noch die AV-Wire-Coils. Ähm. Nicht AV. Ich wollte eigentlich mal AV. Äh. Ist AF. AF. Nicht AV. AF. Genau. Ähm. Dafür brauchen wir. Ach hier guckt. Dafür brauchen wir das HOP Graphite Dust. Ah. Das haben wir aber letztes Mal schon hergestellt. Beziehungsweise haben wir Blöcke von gemacht. Ähm. Die können wir in dem Industrial Squeezer. Wenn wir kackt, äh guckt, das sozusagen reinschmeißen, herstellen. Sollten wir vielleicht nochmal zwei eben kurz machen. Hätte ich jetzt einfach mal behauptet. Machen wir einfach auch mal schnell. Wie viel habe ich denn noch? Oh. Ich habe glaube ich alles jetzt gerade in den Ofen reingeschmissen. Äh. Klaue ich mir mal ganz kurz genau. Acht Stück. Wobei eigentlich brauche ich 16, ne? Ach hier guck. 16. Habe ich doch genau geplant. Habe ich genau geplant. So. Die schmeißen wir schon mal rein. Ähm. Denn das Problem ist aus den letzten haben wir nämlich, äh, hier schon so einen Block gemacht. Wobei die könnten wir theoretisch auch wieder aufsplitten. Den brauchen wir eigentlich nirgendwo anders. Für egal. Wir behalten ihn erstmal. Die anderen Sachen werden ja schon mal hergestellt. Jut. Jut, 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 jut. Ähm. Können wir sonst noch irgendwas für die Coils schon mal herstellen? Genau. Wir könnten das Wire herstellen. Was eigentlich im Prinzip diese Platten sind. Das heißt. Ah, genau. Davon haben wir, wie gesagt, vorsichtshalber habe ich schon mal welche wieder hergestellt. Und dementsprechend gar nicht so verkehrt. Das einzige ist, wir müssen gleich nochmal ganz kurz eben umklemmen. Deswegen lasse ich mir schon mal den Ofen hier mitnehmen. Na, komm. Hier einmal drauf und das einmal rein. Ach, das ist sogar schon fertig. Perfekt. Dann die einmal mit. Und hier einmal hier rein. Swups. Das kann auch schon mal bearbeiten. Wie gesagt, mal ein paar Schritte gleich nebenbei machen. Da geht halt alles ein bisschen flinker. So. Genau. Hiervon brauche ich vier. Wenn man die natürlich auch zusammenlegen würde, dann würde auch das funktionieren. Und das sind die hier, ne? Hoffe ich. Ja, das sind die Eurendon Stick. Und zwei von den Dingern, die gerade hinten hergestellt werden. Dann haben wir es geschafft. Dann haben wir wirklich eine Line wieder komplett mal durchgearbeitet. Seht ihr, das ist auch fertig. Wunderbar, wunderbar. So, dann gucken wir nochmal, dass wir das AV, äh, schon wieder AV gesagt. AF Wire Goil auch hergestellt bekommen. Sehr schön. Ich weiß gar nicht, wie ich immer auf AV komme. Ja, ja. Das weiß auch nur. Oh. Wow. Wow. Eine Supreme Watering Can aus einer Tier 3 Chest. Really? Also, ich will mich nicht beschweren, aber... Really? Nice. Und eine Artefakt-Blutkiste. Wow. Wir haben heute ja richtig, richtig Glück. Ash. Ah, okay. Aber Heidi Witzka, das war mal, das war mal echt eine... Oh. Nicht wegschmeißen. Das ist mal echt eine... Kann ich die auch benutzen? Oh ja, hier. Wartet. Ah, okay. Der macht immer... Ach, das ist ja blöd. Ich kann die nicht auf die Crops anwenden, weil der die sofort abbaut, beziehungsweise die ganze Zeit hier immer draufhaut, wie ihr seht. Das ist ja echt blöd, obwohl ich kann hier stehen und das sozusagen hier machen, ne? Oh, das heißt also, ich kann zum Beispiel jetzt Canola-Farm, so, zum Beispiel, kann mich hier hinstellen und drücke einfach hier mal einfach drauf und dann müsste das Ganze noch zigtausendmal schneller wachsen, weil das ja eh eine 9x9 Radius ist. Aber ich meine, mit dem Lillipad und allen drum und dran wächst das eh schon super schnell. Da können die Tics gar nicht mehr nachkommen. Ist egal. Ja, trotz alledem relativ immer, relativ immer, muss ich doch echt gestehen, ähm, ja, nimmt man mal gerne. Ich lege ihn mal hier mit dazu, ne? Super Teil. Bin ich doch echt stolz drauf. Drop Glück. Ähm, ja, das war noch eigentlich eine ganz, ganz effektive Folge heute. Da haben wir eine Sache wieder rausgeschmissen, die einen Schritt weiter uns in Richtung bessere Technik wirft. Und Technik ist ja immer so eine Sache, die wir unbedingt brauchen. Das einzige, was wir jetzt noch brauchen, ist Lubricant. Ähm, und dann können wir theoretisch mal mit, ähm, Embers fast anfangen, hätte ich gesagt. Weil das ist eigentlich im Prinzip noch die einzige Sache, die hier für Terminal Machinery fehlt. Embers ist so eine Sache, dafür müssten wir natürlich Some True Magic beenden. Und Some True Magic benötigt noch einmal Zai. Das würde ich wirklich offscreen mit machen. Also das, das hier einmal Zai durchzuarbeiten, das ist, das ist grauenhaft. Aber wir könnten theoretisch uns nächste Folge eigentlich mal Random Things angucken. Und ich glaube, das ist eine gute Idee. Ähm, das schreibe ich mir auf den Zettel. Random Things einmal durcharbeiten, nächste Folge. Und vielleicht schon mal so ein bisschen Zai vorbereiten, dass man hier die Verzauberung macht. Aber, wie gesagt, das ist nicht wirklich spannend und, äh, das möchte ich auch keinem zumuten. Das werde ich mal ein bisschen wieder offscreen machen, weil da gucke ich mir eigentlich auch noch bloß noch an, wie die einzelnen Verzauberungen sind, die man herstellen muss. Arbeite sie kurz nach. Und wie gesagt, das ist in der Folge vielleicht ein bisschen blöd herzustellen, ähm, weil, ja, ist einfach Nonsens. Okay, in diesem Sinne, ähm, war's das für die heutige Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn's euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Bis dahin, erst einmal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.